Sternenklar, das ist Klimawandel. Das Klima auf unserer Erde wird immer extremer. Experten nennen das Klimawandel. Schuld daran sind sogenannte Treibhausgase, wie zum Beispiel Kohlendioxid, kurz CO2. Das wird von unseren Fabriken in die Luft gepustet. Und auch von unseren Autos. Auch Methan, kurz CH4, ist ein Treibhausgas. Es entsteht zum Beispiel durch... genau. Treibhausgase legen sich wie ein Mantel um die Erde und lassen Sonnenstrahlen zwar hinein, die Wärme aber nicht wieder hinaus ins All. Das Klima auf der Erde heizt sich auf. Bäume können das schädliche Kohlendioxid aufnehmen und binden. Aber wir Menschen holzen immer mehr Wälder ab. Was der Klimawandel anrichtet, ist heute schon sichtbar. Das Eis an Nord- und Südpol schmilzt und der Meeresspiegel steigt. Wüsten breiten sich aus. Naturkatastrophen wie Wirbelstürme nehmen zu. Diese extremen Folgen für die Erde bekommen auch wir Menschen zu spüren. In manchen Regionen führen Dürren dazu, dass die Menschen zu wenig Trinkwasser haben. Anderorts verwüsten Überschwemmungen Häuser und zerstören die Ernte. Dadurch gibt es weniger Nahrungsmittel. Besonders schlimm trifft es ärmere Länder, die wenig Mittel haben, um sich gegen die Folgen zu wappnen. Das ist ungerecht. Denn Schuld am Klimawandel sind vor allem reiche Länder. Darum müssen sich Politiker aus allen Ländern einigen, den Klimawandel zu verlangsamen. Und auch du kannst mithelfen. Spare Energie, vermeide Müll, verreise weniger mit dem Flugzeug. Flugzeuge sind besonders klimaschädlich. Oder werde Sternsinger. Denn die Sternsinger unterstützen weltweit Projekte, die das Klima schützen.